Und schon wieder so eine Woche vorbei. Verrückt, oder? Heute geht es um das Thema Online-Marketing und zwar ganz speziell Mindset. Was für ein Mindset du dazu brauchst und wie es mir im Sommer ergangen ist. Vielleicht hast du ja Lust, dir das anzuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgreich-Schreiben-Podcast, dein Lieblings-Podcast rund ums Schreiben, rund ums Marketing und rund um Mindset-Themen. Mein Name ist Anja Niekerken und mir ist es ein Fest, dass du dabei bist. Ja, Social Media Marketing ist das Thema. Das richtige Mindset entscheidet über deinen Erfolg. Warum wir so oft mit falschen Erwartungen an Social Media Marketing gehen, am Beispiel vom Meisterpropper und Instagram Reels. Was braucht man eigentlich für Social Media Marketing? Die Antwort ist relativ banal. Aber doch erfolgsentscheidend. Das richtige Mindset. Ich weiß, das habt ihr schon hunderttausendmal gehört. Ich ja auch. Aber mir ist es gerade im Sommer wieder aufgefallen, dass das echt ein Thema ist. Es wird im Zusammenhang mit Social Media und Online-Marketing ja wahnsinnig viel geschrieben und wahnsinnig viel angeboten. Angebote, denen man sich auch oft nur schwer entziehen kann. 10.000 neue Follower und Followerinnen die Woche. Wie du mit 100 FollowerInnen fünfstellige Umsätze im Monat oder vielleicht sogar in der Woche generierst. 40.000 Anfragen pro Tag mit Social Media. Nee, gar nicht. Hier steht nur 40 Anfragen. Aber 40.000 wären auch ganz schick. Mein aktueller Liebling. Ich klicke immer mal wieder auf einen dieser Posts bzw. auf eine dieser Anzeigen. Denn natürlich will ich auch möglichst viel Geld mit möglichst wenig Aufwand erzielen. Wer will das denn nicht? Bei diesen Anzeigen ist das in der Regel nicht ganz so einfach, sich dem zu entziehen. Denn diese Werbung löst ja ein vermeintliches Problem, vor dem man gerade steht bzw. vor dem ich vielleicht gerade stehe. Das Problem, bei Social Media fallen wir, ich auch, viel eher auf solche Versprechungen herein, als bei so einer ganz normalen Zeitungsanzeige. Da sind wir das einfach auch schon gewohnt. Selbst als Online-Anzeige in einem Magazin würden wir vermutlich über sowas hinweggehen. Weil da wissen wir auch, ja, ja, komm, ist ja Werbung, die da geschaltet ist. Aber wenn wir das direkt auf Instagram sehen oder uns das in den Facebook-Feed gespült wird oder wenn wir es auf TikTok sehen, Snapchat und wie sie nicht alle heißen, dann ist das irgendwie anders. Jetzt ist die Preisfrage, warum verfangen diese Versprechen auf Social Media denn überhaupt so sehr? Wir wissen doch, dass diese suggerierten Erfolge im besten Falle Ausnahmen sind. Naja, weil wir in der Regel gerade in dem Medium unterwegs sind, von dem wir uns für unsere eigene Sichtbarkeit und für unser eigenes Marketing eigentlich ja mehr versprochen haben. Das heißt, wir sind auf dem Medium gerade unterwegs, was uns eigentlich auch so ein bisschen, wo uns der Schuh drückt, wo wir eigentlich denken, ach Mann, da müsste doch mehr gehen. Und jetzt wird uns genau auf diesem Medium gezeigt, ach so, guck mal hier, so einfach ist das. Natürlich müssen wir uns nur einen Kurs dazu buchen. Wie diese ganzen wunderbaren Menschen, die uns auf der Landingpage erzählen, wie sie mit diesem Kurs glücklich geworden sind. Da wollen wir auch, na klar. Leider müssen wir vorher die Kursgebühr entrichten und dann macht sich schnell Ernüchterung breit. Das geht ja doch alles nicht so einfach. Jetzt steht auf einmal richtig Arbeit an. Das erzählen uns die wunderbaren Werbeanzeigen und Videos nämlich nicht. Social Media Marketing ist Arbeit. Und auch das, was ich mache. Ich erzähle euch das natürlich auch. Ich habe ja auch Anzeigen und ich habe ja auch Online-Kurse und ich sage euch ja auch, das geht. Allerdings halte ich nicht damit hinterm Werk, dass es auch Arbeit ist. Also man muss schon auch ins Tun kommen. Das kommt nicht von alleine. Und wer nicht bereit ist, diese Arbeit zu machen, der kann auch auf einen sechsamen Lotto hoffen. Der kommt erfahrungsgemäß aber sehr selten. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man seinen Lottoschein nicht abgegeben hat. Nochmal zurück zur Werbung. In Werbespots sehen wir ja auch immer, beziehungsweise sehen wir nicht, so. In Werbespots sehen wir eben nicht, wie viel Arbeit es ist. Wir sehen immer, wie toll das Ergebnis aussieht. Zum Beispiel mit Meisterpropper, wenn wir damit die Bude putzen. Dann wirbelt da so ein kleiner Gin durch die Gegend und ruckzuck ist die Bude sauber. Aber Meisterpropper ist nur das Mittel. Putzen müssen wir immer noch selbst. Tja, leider. Und dann wird jetzt auch ein Schuh draus mit dem Mindset. Ich glaube, du weißt, wo ich drauf hinaus will. Wir machen mal weiter. Genauso wie mit dieser Meisterpropper-Geschichte ist es mit diesem Social Media Marketing. Und oder mit Online-Marketing. Ja, ja, ich weiß, Social Media Marketing ist ein Teil von Online-Marketing. Bitte nicht schreiben, ich weiß das. Die Strategien, die Marketing-KollegInnen in ihren Anzeigen anbieten, und ja auch ich, das sind die Mittel. Putzen oder umsetzen müssen, dass die Teilnehmenden dann selber. So, wenn du Meisterpropper im Schrank hast, hast du noch lange keine saubere Butze. Auch mit Meisterpropper sind die Ergebnisse extrem unterschiedlich. Denn es kommt auf die Umsetzung an. Und natürlich darauf, wie oft man putzt. Eben alles andere als ein Putzteufel. Aber ich weiß durchaus, dass eine Wohnung sauberer ist, wenn man täglich grob durchwischt und einmal von mir aus auch zweimal die Woche gründlich putzt. Machen tue ich das trotzdem nicht. Obwohl ich schon gerne das Ergebnis hätte. Da ich aber nicht so viel Lust auf Putzen habe, habe ich meinen Frieden damit gemacht, dass meine Wohnung eben nur einmal pro Woche glänzt. Und sonst eben halt weniger. Das ist beim Social Media Marketing nichts anderes. Und jetzt, glaube ich, ist das mit dem Mindset ganz, ganz klar, oder? Zumindest ein Teil davon. Realistische Ergebniserwartungen an den eigenen Einsatz. Social Media ist nicht mehr diese kleine Goldgräberstadt, die es mal war, wo man nur sein Claim abstecken brauchte. Und dann wurde man mit Followerinnen und Followern und Umsatz ganz reich beschenkt. Alle Social Media Plattformen sind heute Millionen Megacities mit unzähligen Angeboten. Ich bin immer wieder erstaunt, dass manche Menschen wirklich glauben, wenn sie in so einer Megacity dreimal pro Woche zwischen den ganzen Neon-Reklamen ein selbstgemaltes Pappschild hochhalten. Das würde Aufmerksamkeit erzielen. Okay, ich gehe davon aus, dass der Punkt jetzt wirklich klar ist. Social Media Marketing ist Arbeit. Aber, und jetzt komme ich endlich dazu, warum ich das Ganze gerade für Solo-Selbstständige, Coaches und Autoren mache und ihnen erzähle, warum sich das so sehr lohnt. Und man kann immer noch ohne großen monetären Einsatz viel Geld dort verdienen, beziehungsweise sich da eine treue Community aufbauen. Natürlich ist es wichtig, dass die Community den eigenen Newsletter abonniert. Da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Musst du mal runterscrollen oder musst mal gucken bei mir auf dem Blog. Da findest du auch die Artikel darüber, warum Newsletter wichtig sind. Und ich auch gerade in der letzten Folge habe ich ja mit der wunderbaren Judith Peters darüber gesprochen, so von Sympatexter. Hör da nochmal rein, dann weißt du auch, warum du Newsletter brauchst. So, Exkurs beendet. Auf Social Media gewinnt man immer neue Menschen dazu, die auf die eigenen Angebote aufmerksam werden. Das ist eine tolle Möglichkeit, aber eben nur, wenn man sich klar macht, dass der Weg dorthin nicht über Nacht zu machen ist und eine Menge Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen braucht. Immer an Meisterpropper denken. An dieser Stelle kommt nämlich das Mindset ins Spiel. Mindset hat zum einen mit deinem Warum zu tun, also warum du etwas tust, aber auch mit der Steuerung deiner Erwartungshaltung. Das Warum reicht nicht. Deine Erwartungshaltung darfst du auch immer mal wieder auf den Prüfstand stellen. Und du brauchst auch eine Fähigkeit zum Perspektivwechsel. Am Beispiel der Instagram Reels, diesen kurzen Videoclips, kennst du wahrscheinlich, in denen unter anderem viel getanzt wird, die seit diesem Jahr von Instagram nicht mehr wegzudenken sind, kann ich das Thema Perspektivwechsel sehr, sehr gut an meinem eigenen Beispiel erklären. Am Anfang waren die Reels schon etwas merkwürdig, denn singen und tanzen, da dachte ich so, boah, nee, das mache ich auf meinem Instagram-Kanal bestimmt nicht. Ich singe und tanze ganz gerne, aber da habe ich auf Instagram so gar keine Lust zu. Und irgendwie fand ich auch diese fremden Texte, die lustig geplaybackt wurden, in vielen Fällen echt unpassend und auch unlustig. Bis ich auf die Idee kam, das Ganze mit so überzogenen Filtern und mit so einem Augenzwinkern für mich zu nutzen. Für mich passte das. Wichtig, das passt für mich. Das muss nicht für dich passen. Du kannst das auch doof finden, was ich auf Instagram mache. Such dir was, was du für dich gut findest. Ab da war es für mich dann ganz lustig auf Instagram und ich wurde belohnt. Denn zu der Zeit, als ich damit so ein bisschen angefangen habe, haben Reels noch sehr große Reichweiten auf Instagram bekommen, weil Instagram die Leute dazu animieren wollte, Reels zu machen. Hat ja auch wunderbar funktioniert. Jetzt machen sie alle Reels. Und deswegen hielt das nicht lange an mit diesen guten Reichweiten. Im Sommer 2022, also in diesem Sommer, hatte Instagram die Reels dann so weit etabliert und die Leute so weit geschult, weil das ist so, Instagram schult uns auch, dass die Reichweiten wieder angepasst wurden. Und Reels ein ganz normaler Bestandteil des normalen Instagram-Games wurden. Und da hatte ich dann auf einmal keine Lust mehr. Denn in diesem ganzen Zuge gingen auch die anderen Reichweiten der normalen Posts, dieser Bildposts und auch Karussellposts und 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 richtig runter, weil sich der Algorithmus geändert hat und da angepasst wurde. Mich hat das mega frustriert. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr zu diesem ganzen Scheiß. Und das ist der Punkt, an dem das Mindset entscheidet, wie beim Marathon, wenn alles schmerzt und alles scheiße ist und man aufgeben will, weil alles sinnlos erscheint. Und das Ziel noch viel weiter in die Ferne gerückt ist. Da scheint es doch vernünftig aufzuhören, oder? Beim Marathon seinen Körper noch mehr zu schinden. Und bei Instagram oder anderen Medien, so Instagram ist hier nur ein Beispiel, seine wertvolle Zeit kann man doch auch besser nutzen, oder nicht? Ja, wirst du schon wissen, oder nicht? Denn das ist ein Trugschluss. Beim Marathon kann ich das nicht beurteilen. Ich bin noch nie im Marathon gelaufen. Und ich glaube, ich werde in meinem Leben das auch nicht mehr machen. Steht nicht auf meiner Bucketlist. Aber im Marketing weiß ich das ganz genau. Rückschritte sind völlig normal. Und wenn das Aufgeben logisch erscheint, dann ist dieser Perspektivwechsel angesagt. Wir erleben zwar Frust und vermeintliche Rückschritte, aber das ist eine emotionale Fehlinterpretation aus Frust. Ich habe mal einen Instagram-Post gemacht, darüber, Reels sind doof, heißt er. Oder an alle, die Reels doof finden. Ich lese dir das mal vor, weil das ist ein ganz normaler Textpost. So, an alle, die Reels doof finden. Vor 20 Jahren. Wenn du für dein Buch oder deine Expertise oder dein Produkt Werbung machen wolltest. Ein TV-Spot hat über 100.000, ein Radiospot über 10.000 und ein Flyer mehrere tausend Euro gekostet. Heute machst du ein Reel auf Social Media und erreichst genauso viele Menschen für 0 Euro. Und das, wenn du magst, täglich. Ich halte es da mit den Worten meiner Oma. Du musst nicht alles gut finden, aber du solltest es jedenfalls versuchen. Hashtag Perspektivwechsel. Tja, jetzt noch mal ein paar Sätze zu den Instagram-Reels, die in Zukunft vermutlich stellvertretend für alle anderen Social Media Neuerungen stehen. Reels werden nicht das Letzte sein. Und das Erste ist es ja auch nicht, was neu ist und was wir am Anfang doof finden. Finde einen Weg, wie du das Medium Kurzfilm, nichts anderes sind ja Reels, für dich und deine Marketingbotschaften nutzen kannst. Du musst nicht tanzen. Du musst dich auch nicht zum Affen machen. Es gibt genug andere Ideen, die funktionieren. Und jetzt last but not least, probiere aus. Du lernst nicht, wie du für deinen Bereich gute Reels machst, indem du anderen in anderen Bereichen dabei zuschaust. Wissen ist nur der Trostpreis. Umsetzen ist der Jackpot. Komm ins Tun. Fang einfach an. Mach Reels. Du kannst die doch auch wieder löschen. Das ist doch alles nicht so schlimm. Probier dich aus. Folge Menschen, die Reels machen, die du gut findest. Und dann überlege, wie passt das zu mir? Wie kriege ich das in mein Angebot integriert? Wie geht es denn dir damit überhaupt? Wo stehst du so gerade in deinem Social Media Marketing? Schreib mir das gerne mal. Schreib mir unter fragen.at.anjaniekerken.de Ich bin sehr gespannt auf deine Rückmeldungen und ob dir das geholfen hat. Du kannst diesen Artikel bzw. diesen Podcast nochmal als Artikel nachlesen auf meinem Blog www.anjaniekerken.de Und da kannst du dir meinen Instagram-Reels-Fahrplan, weil ich habe ja sehr viel gelernt im letzten halben Jahr und ich bin auch immer noch am Lernen, aber ich merke jetzt langsam trägt es Früchte, Marathon, haha. So, was wollte ich sagen? Instagram-Reels-Fahrplan. Kannst du dir auf meinem Blog, auf meinem Blogartikel zu diesem Podcast, kannst du das runterladen. Ich verlinke dir das in den Shownotes nochmal www.anjaniekerken.de Also Anja Niekerken, alles zusammengeschrieben. Da findest du diesen Podcast als Blogartikel und da kannst du dir den Instagram-Reels-Fahrplan rausziehen mit 15 Reels-Ideen, die du umsetzen kannst, was Reels genau sind, wie du das machst und auch, was war noch drin? Achso, die sieben größten Fehler, wie du die vermeidest. Das ist so mein aktuelles Learning, das gebe ich gerne raus, kannst du dir für 0 Euro runterladen. That's it, Folks and Friends. Ich bin raus für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Es war mir ein Fest, das du zugehört hast. Und nächste Woche sprechen wir über Buchlaunches. Nämlich mit der wunderbaren Sandra Andres. Der habe ich nämlich in der letzten Zeit sehr viel bei Buchlaunches zugeguckt und dachte, meine Herren, ist die erfolgreich? Mach die das gut. Und wenn du ihre Tipps und Tricks hören möchtest und rauskriegen möchtest, wie man so ein Buchlaunch gut macht, dann nächste Woche wieder dabei sein. Tschüss, bis dann. Ich bin ehrlich gespendet. Tschüss, bis dann. Bis zum nächsten Mal.